Yo, liebe Freunde, ich hoffe, bei euch ist alles gut. Wir sind jetzt hier gerade in einem feinen China-Restaurant. Ich trinke einen Diebels-Alt, so wie es sich gehört. Hier ist mein leckeres Essen. Und ja, ich möchte euch ankündigen, am 30.05. kommt mein Summer-Tab raus. Könnt ihr euch for free downloaden auf www.mcsmoke.de Ja, was gibt es dazu zu sagen? Ich glaube, es werden 6-7 Lieder nur über den Sommer. Softe, leichte Musik wird es geben. Ich kann die Musik als schlecht beschreiben, aber es wird auf jeden Fall viel Spaß machen. Lauscht der schöne Musik hier. Jo, ist gut.